Hallo, Martin hier von Dr. Windows mit der Build 9860, der Technical Preview von Windows 10, die frisch veröffentlicht wurde und die gegenüber der ersten Build, das war die 9841, schon ein paar Veränderungen, Verbesserungen und Änderungen eben erfahren hat. Die auffälligste ist das Notification Center. Da wussten wir ja, dass das kommt. Man konnte sich das auch über so einen Hack in der Vorabversion schon freischalten. Es hat aber nichts getan. Ja, es funktioniert so, wie wir das von Windows Phone auch kennen. Hier unten in der Infoleiste sitzt drin. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich eben meine Benachrichtigungen. Hier kommt eine Kalendererinnerung, ein paar Skype-Nachrichten sind eingegangen und im Store wurde eine App installiert. Ich kann jetzt hier einzelne Benachrichtigungen löschen, indem ich auf das entsprechende Kreuzchen klicke. Dann verschwinden die. Ich kann auch sagen, ich habe Skype alles gelesen. Dann blende ich alle Benachrichtigungen auf einmal aus. Oder wenn ich eben keine Benachrichtigungen mehr sehen will, drücke ich hier oben auf Clear All. Dann ist das Notification Center hier wieder jungfräulich. Ganz nette Geschichte. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mir das erst richtig gefallen wird und richtig cool wird, wenn das auch so ein bisschen übergreifend funktioniert. Wenn zum Beispiel Benachrichtigungen von meinem Windows Phone, verpasste Anrufe beispielsweise, an der Stelle aufschlagen. Oder wenn mir meine Xbox One meldet, dass für ein Spiel ein Patch bereitsteht, den ich dann vielleicht sogar per Klick hier runterladen kann, damit ich nicht warten muss, wenn ich die Konsole das nächste Mal einschalte. Das sind alles so Dinge, die mir dabei durch den Kopf gehen und von denen ich hoffe, dass Microsoft die auf dem Schirm hat, damit hier so eine übergreifende Erfahrung an der Stelle mit reinkommt. Und genau das soll ja mit Windows 10 auch passieren. Es gibt ein paar neue Animationen beim Wechsel zwischen den virtuellen Desktops bzw. beim Öffnen und Schließen von Programmen, die ich euch hier jetzt leider nicht zeigen kann, weil das eine virtuelle Maschine ist und in der diese ganzen Animationen deaktiviert sind. Aber so spannend ist es nun jetzt auch wirklich wieder nicht. Es ist so ein bisschen Eye Candy. Was euch ebenfalls auffallen wird, wenn ihr mit der Build 9860 herumspielt, ist, dass ein paar Dinge so ein bisschen komisch aussehen. Wie jetzt hier seht ihr zum Beispiel beim Store und auch in anderen Apps, ist die Titelleiste hier oben schwarz. Das sieht ein bisschen seltsam aus und auch wenn man die Fenster in der Größe verschiebt, passt es nicht immer so richtig. Das ist aber eine Sache, die Microsoft tatsächlich auch in der Ankündigung drinstehen hat, dass man jetzt eben dabei ist, die Oberfläche an verschiedenen Stellen umzubauen. Und dann sieht es eben folglich nach dem aus, was es eben auch tatsächlich im Moment ist, nämlich Baustelle. Da sind ein paar Sachen, die halt einfach krumm an der Stelle jetzt rüberkommen. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. Das wird ganz sicher noch gefixt und ist zu diesem frühen Zeitpunkt sicherlich auch völlig normal. Damit schauen wir mal in die PC-Settings hinein. Da gibt es nämlich zwei neue Dinge zu entdecken, die wir auch von Windows vorhin schon kennen. Nämlich, da wäre einmal Datasense, also eine Funktion, die euch dabei hilft, euer Volumen zu überwachen, euer Datenvolumen, das ihr verbraucht. Das ist unkritisch, solange man jetzt natürlich über WLAN oder so verbunden ist. Aber wenn man über eine getaktete Verbindung, also über Mobilfunk und so, ins Netz geht, ist das sicherlich ganz interessant. Hier ist es uninteressant, weil nämlich gar nichts zu sehen ist. Auch hier unter Usage alles auf Null gestellt, weil hier halt eben in dem System nicht viel läuft. Aber da könnte man jetzt eben gut sehen, was jetzt zum Beispiel über WLAN rausgegangen ist und was über die Mobilfunkverbindung. Die Einstellungen sind hier alle noch ausgegraut, das heißt, die Funktion ist da. Man kann sie aber im Moment noch nicht so richtig nutzen, aber das wird natürlich garantiert noch kommen. Zweite Funktion ebenfalls, wie gesagt bekannt aus Windows Phone, ist der Stromsparmodus, hier auf Englisch Battery Saver, den man hier einfach einschalten kann. Das funktioniert schon, aber ansonsten ist da auch noch nicht viel, sondern das ist mehr im Moment voll, vielleicht auch so als Platzhalter zu sehen für Funktionen, die hier noch kommen, wo man dann festlegen kann, welche Aktivitäten im Hintergrund laufen dürfen und welche nicht. Dann gibt es eine neue Einstellung unter Update und Recovery für die Preview Builds. Hier kann man nämlich jetzt auswählen, ob man neue Builds slow oder fast, also schnell oder langsam bekommen möchte. Die meisten werden von euch sagen, natürlich schnell her damit. Was dahinter steckt, ist die Tatsache, dass so als einen innerhalb des Windows Insider Programms, in dem wir ja alle Mitglied sind, quasi zwei Testergruppen zukünftig gibt, eine innere, die so ein bisschen schneller an die Reihe kommt, die aber eben damit rechnen muss, dass das Ganze noch unfertiger aussieht, als es sowieso schon ist. Und eben dann der äußere Kreis, das sind die, die dann hier eben auf dem langsamen Pfad sind, die dann eben die neuen Builds erst kriegen, wenn die dann so ein bisschen ausgereifter schon sind. Also ganz einfach, wer sich hier für fast entscheidet, wird wahrscheinlich ein bisschen öfter eine neue Build bekommen. Wir können ja gerade mal gucken, aber garantiert ist nichts da. Aber man muss eben damit leben, dass da noch mehr Bugs drin sind und verschiedene Dinge noch unfertiger aussehen, wie gesagt, als das sowieso schon der Fall ist. Hier unter Ease of Access, also das ist die erleichterte Bedienung, ist mir noch was aufgefallen, nämlich, dass man hier, wo war es gleich, da, unter Other Options, jetzt hier die Notifications in der Länge konfigurieren kann. Fünf Sekunden, sieben Sekunden und so weiter, bis zu fünf Minuten, wo dann also so eine Toast-Benachrichtigung oben rechts in der Ecke stehen bleibt. Warum man das hier untergebracht hat und nicht da, wo man es vielleicht zuerst vermuten würde, nämlich da unter den Notifications, wo auch die üblichen App-Benachrichtigungen konfiguriert werden. Ich weiß es nicht. Auch hier seht ihr die Schalter und so. Das sieht alles ein bisschen komisch aus. Das ist dieser optischen Überarbeitung geschuldet, von der ich gerade eben gesprochen habe. Im Prinzip waren das schon im Wesentlichen die Neuerungen. Eine Kleinigkeit, die zum Beispiel noch auffällt, ist, wenn ich hier auf das Netzwerksymbol unten klicke, dann ist es so, dass zum Beispiel unter Windows 8.1 die Charms Bar sich öffnet und mir da die Netzwerkeinstellungen zeigt. Wenn ich hier das Icon anklicke, starten direkt die PC-Settings und bringen mich in die Netzwerkeinstellungen. Auch da kann man sehen, ist der Umbau schon im Gange, auf dem Desktop die Charms Bar möglichst verschwinden zu lassen. Wir wissen ja noch nicht so hundertprozentig genau, wohin die Reise da geht, aber es wird wohl letztlich darauf hinauslaufen, dass die Charms Bar komplett verschwindet. Dann noch eine interessante Entdeckung. Es gibt nämlich nicht nur die PC-Settings, sondern es gibt noch eine App, die nennt sich Z-PC-Settings. Apps, die noch unfertig sind und sich im Teststadium befinden, haben immer so ein Z am Anfang. Und deswegen interessant, dass es auch eine Z-PC-Settings gibt, die auch tatsächlich ein bisschen anders aussieht, die zum Beispiel hier eine Register OEM hat, das aber völlig leer ist. Und auch hier sind so verschiedene Einstellungen zu finden, die man sonst in der Systemsteuerung findet oder in verschiedenen Menüs verteilt. Hier seht ihr zum Beispiel die Heimnetzgruppe und den Speicherplatz und verschiedene andere Dinge. Das ist hier so ein buntes Durcheinander. Das sieht für mich ganz danach aus, als ob man parallel eine runderneuerte PC-Settings-App hier plant, die die Systemsteuerung dann vielleicht sogar in weiten Teilen ablösen kann. Das war ja auch immer so ein bisschen Kritikpunkt an Windows 8, den ich auch sehr gut nachvollziehen konnte, dass die Einstellungen so ein bisschen verstreut waren. Also teils waren die in der Systemsteuerung, teilweise in den PC-Einstellungen. Manche Sachen gab es doppelt und so ein richtig rundes Konzept war da eigentlich nicht dahinter. Auch das ist eine Baustelle, die mit Windows 10 geschlossen werden muss. Das muss dann richtig rund sein und ehrlich gesagt möchte ich auf einem Tablet nicht mehr in der Systemsteuerung rumfingern müssen. Und was ich hier so sehe, macht mir große Hoffnung, dass das dann auch so sein wird. Ja, das waren im Wesentlichen die Neuerungen in der Build 9860 von Windows 10. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr. Ich habe sie im Moment nur noch nicht entdeckt. Kleinigkeiten fallen einem ja hier und da immer wieder auf, wenn man das System ein bisschen nutzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, vielleicht auch ein bisschen Appetit machen. Wenn ihr Lust habt, ladet euch die Windows 10 Preview runter, spielt selbst ein bisschen damit rum und schaut, was da in der neuen Windows-Generation auf uns zukommt. Ja, ich melde mich sicher wieder, wenn es eine neue Build gibt und sage bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.